Der Landboot war dabei, als 1855 die erste Bahnlinie auf Winterthur eröffnet wurde, als 1922 Dös, Wülflingen, Felten, Seen und Oberi eingemeindet worden sind und als im Juli 2008 Winterthur eine Großstadt wurde. Der Landboot ist dieses Jahr 175 Jahre alt und er bleibt ihre Zeitung für Winterthur und Umgebung. Zum Jubiläum schenken wir unseren Abonnentinnen und Abonnenten sechs besondere Hefte zu Winterthur-Themen und es gibt weitere Geburtstagsangebote. Feiern Sie mit! Ihre Colette Gradwohl, Chefredaktorin beim Landboot.